Sie brauchen ein Balance-Pad oder eine gefaltete Decke und einen Ball. Sie stehen aufrecht auf einem Balance-Pad oder auf einer gefalteten Decke. Ein Fuß ist weiter hinten als der andere. In beiden Händen halten Sie den Ball. Geben Sie den Ball von einer Hand in die andere Hand, wobei die Arme über dem Kopf ausgestreckt sind. Folgen Sie mit dem Kopf dem Ball. Schließen Sie, wenn möglich, dabei die Augen. Wiederholen Sie diese Übung mit dem linken Bein, vorne dreimal 30 Sekunden lang und mit dem rechten Bein vorne dreimal 30 Sekunden lang.